Mein Name ist Erwin Baumgartner, ich bin Geschäftsführer der Firma Lumidech, die ihren Standort in Jensdorf hat. Wir beschäftigen uns mit der Erzeugung von sehr effizientem Licht und das auf Basis der LED-Technologie. Wir haben die letzten eineinhalb Jahre ein LED-Modul entwickelt, das sehr effizient ist und somit um 85 Prozent weniger Energie benötigt als eine Standard-Kübirne. Die LED-Technologie wird sich somit abseits von schon bekannten Märkten wie zum Beispiel der Automobilindustrie auch in naher Zukunft in der Allgemeinbeleuchtung durchsetzen.